Das ist ein Kirschen drauf. Da können sie mich pflücken. Ja, ich habe einen da nicht klein. Es ist kein Witz, es ist kein Scherz. Es ist vom Alpenherz. Jetzt kommt da so ein Schneider zu mir. Ja, Zimmermann, da kommt immer ein Zimmermann. Er heißt Peter. Da kommt dann in mein Zimmer und dann nimmt er an mir Maß. Da hat er schön Maß genommen mit seinem Stock, einfach mit dem Zeichnen. Dann hat er zu mir gesagt, ich hätte eine Stadtfigur. Kennen Sie eine Stadtfigur? Das ist hoher Haare, mittler Haare und unteren. Ja, ich habe ein schlechtes Lebensmotto. Ich sage, wenn der Mond zu nimmt, dann nehme ich aufzu. Und wenn der Mond abnimmt, soll er auf. Der Alte Peter hat da an mir rumgelassen und dann hat er gesagt, jetzt bin ich gleich fertig. Ich brauche nur noch einen Stich.